Ein Wahl-Tiroler aus Kitzbühel beendet bei den US Open die Grenzläm-Träume von Alexander Zverev. Der als Nummer. Vier gesetzte Hamburger scheitert in Runde 3 in New York überraschend nach 3 Uhr 9 Stunden am 34-jährigen deutschen Landsmann Philipp Kohlschreiber mit 7 zu 6, 1, 4 zu 6, 1 zu 6, 3 zu 6. Der in Kitzbühel lebende Kohlschreiber trifft im Achtelfinale auf keine Schickuri, JP in 21. Souverän schaffen den Aufstieg in die Top-16, Novak Djokovic, SR, minus 6 und David Goffin, Bell, 10. Happy End für Marin Cilic, Kroh, 7. Marin Cilic benötigt 8 Matchbälle fürs Achtelfinale. Der 29-jährige US Open Champion 2014 gewinnt einen Krimi gegen den jungen Australier Alex Terminauer mit 4 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 4 und 7 zu 5. Der Kroate führt im 5. Durchgang bereits 5 zu 2, braucht aber 4 Stunden und 8 Matchbälle, um knapp vor 2.30 Uhr Ortszeit ins Achtelfinale einzuziehen. Ziemlich glatt schaffen die Favoriten Djokovic und Goffin den Aufstieg. Der Joker, fertigt Richard Gaskett FRA, 26 mit 6 zu 2, 6 zu 3, 6 zu 3 ab. Goffin setzt sich gegen Jan Lennart Struf mit 6 zu 4, 6 zu 1, 7 zu 6, 4 durch. Der höher eine schätzte Diego Schwarzmann, Acht 13, muss sich dem wieder erstarkten Japaner Nishikori 4 zu 6, 4 zu 6, 7 zu 5, 1 zu 6 geschlagen geben. Nishikori bekommt es nun mit Kohlschreiber zu tun. Der meint nach dem Erfolg gegen den Favoriten Zverev, es war ein sehr unterhaltsames Match. Meine Variabilität hat sich ausgezahlt, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe sehr gut retourniert, das war ein Schlüssel, so der Weltranglisten minus 34. Der Wahl-Tiroler kauft Zverev mit sehr variantenreichem Winkelspiel sowie kurzen Slice-Bällen auf die Rückhand die Schneid ab. Er bewegt sich nicht gut zum Netz, meint Kohlschreiber noch auf dem Platz. Alex Zverev wartet weiter auf Top-Resultat bei Grand Slam für Zverev, der kurz vor dem Turnier Ivan Lendl als Supercoach in sein Team geholt hat. Bleiben die vier Grand Slam-Turniere in seiner allerdings noch sehr jungen Karriere weiterhin der Knackpunkt. Sein bisher bestes Resultat ist das Viertelfinale bei den French Open 2018, als er gegen Dominic Thiem verlor. Die Verpflichtung Lendls können nicht sofort Resultate bringen, meint Zverev später. Das ist ein Prozess. Ich glaube die Ergebnisse werden nächstes Jahr kommen. Schon vor dem Turnier habe Lendl ihm gesagt, dass man mehr in die Zukunft schauen muss, auch wenn er schon in New York auf ein gutes Turnier hoffe. Doch nach zwei guten ersten Runden sind 53 unerzwungene Fehler und sieben Doppelfehler gegen Kohlschreiber eindeutig zu viel. Zverev lobt seinen Landsmann, er hat alles. Er kann viel Top-Spin spielen, den Ball flachschlagen und viel Slice spielen. Er mischt das Spiel gut auf und macht es daher manchmal schwer, gegen ihn den Rhythmus zu finden. Text, Quelle, Urheberrecht, laola1.at, US Open, Achtelfinale, Live, Dominic Thiem gegen Andersson zum Seitenanfang. Mehr zum Thema, Comment unter Strich, Count, Kommentare, rechtliche Hinweise. Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der laola1-Redaktion wieder. Laola1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von laola1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die laola1-Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt. 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 Punkt.